Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's los mit einer neuen Videoreihe. Die Videoreihe behandelt Firebase. Firebase ist ein umfangreiches Tool von Google bereitgestellt auf Basis der Google Cloud, das es erlaubt, sehr viele Sachen in Richtung App-Entwicklung sehr einfach zu gestalten. Und deswegen in dieser Videoreihe alles über Firebase, einmal von vorne bis hinten durch. In diesem Video allerdings wollen wir natürlich erstmal anfangen mit Firebase, vorstellen, was ist Firebase überhaupt. Und deswegen gehe ich auf die Firebase-Konsole, denn hier startet man im Endeffekt. Man sieht auch die existierenden Projekte schon, wenn man schon welche hat. Ansonsten sieht man hier einfach nur diesen leeren Reiter mit Projekt hinzufügen. Das machen wir jetzt auch und ich werde das Ganze jetzt Firebase-Demo nennen. Und man kann jetzt hier eine Projekt-ID hinzufügen. Die ist wichtig, um... Also erstens, man hat nachher per Default eine Domain mit dieser Projekt-ID, aber man muss natürlich auch das Projekt identifizieren können, eindeutig. Deswegen ist es so der Primary-Key für das Projekt. Ich nehme jetzt einfach mal Fire, die Fire-Demo und dann, jo, nehmen wir mal die 1337. Das heißt, unser Projekt-ID wird Fire-Demo-1337 sein. Und hier kann man jetzt die Organisation noch auswählen. Man kann sie aber auch... Ja, man kann auch eine andere nehmen. So, Google Analytics wollen wir natürlich auch haben, denn in dieser Videoreihe wollen wir alles vorstellen, was es so gibt bei Firebase. Und deswegen aktivieren wir hier Google Analytics. So, jetzt kann man noch das Default-Konto nehmen, den Default-Account für Firebase oder ein anderes nehmen und automatisch ein neues Property erstellen. Das ist wichtig für Google Analytics, denn wenn man kein neues Property erstellt, dann wird der Traffic auf ein bestehendes Property hinzugefügt. So, dann kann man auch schon auf Projekt erstellen klicken und dafür braucht man jetzt noch kein Video. Ich denke, das Interessante kommt dann, wenn wir zum Beispiel behandeln, wie wir mit Firebase Authentifizierung handeln, wie wir eine NoSQL-Datenbank haben, wie wir Bilder hochladen können, das Ganze von Frontend bis Backend. Das ist ähnlich wie eine Videoreihe, die ich schon mal gemacht habe. Die hieß, glaube ich, damals App-to-Server-Communication. Und ja, heute ist einfach so die Fortsetzung davon im Jahr 2021. Da hat sich natürlich viel getan. Und wir sehen jetzt das Dashboard von der Firebase-Konsole. Also hier ist praktisch so der Landing-Screen. Und man sieht jetzt schon, links gibt es sehr viele Optionen, die man machen kann. Es gibt Authentifizierungen. Man kann sich sehr einfach authentifizieren mit Firebase. Man kann also eine Authentifizierung anbieten. Mit der Firestore-Database kann man dann, wie schon angesprochen, eine NoSQL-Datenbank sehr gut handeln. In der Realtime-Database kann man sowas wie ein Chat handeln. Storage ist, wie der Name schon sagt, dafür da, um was zu speichern. Man kann Bilder hochladen, auch Videos sehr viel hochladen und alles wird eigentlich gemanagt. Hosting ist auch ein interessanter Reiter. Im Hosting kann man verschiedene Webseiten auch in einem Projekt deployen und bereitstellen. Man kann auch eine andere Domain hinzufügen. All das können wir auch noch besprechen. Und was auch sehr interessant ist, sind die Firebase-Functions. Firebase-Functions sind, man kann so ein bisschen sagen, the newest shit. Es ist so im Endeffekt Serverless Computing. Das heißt, man hat einen Backend-Code, der nicht statisch auf einem Server ausgeführt wird und 24-7 läuft, sondern man hat On-Demand-Funktionen, die kurzzeitig hochgefahren werden, ausgeführt werden und dann wieder gekillt werden. Ja, man hat auch noch sogenanntes Mission-Learning-Reiter hier, ist allerdings noch ein bisschen, naja. Wie gesagt, wir behandeln auch die Dinge, die man vielleicht nicht mit Firebase macht. Was man natürlich auch machen kann, ist Analytics mit Google, ist natürlich schon prädestiniert dafür, auch mit Firebase zu benutzen. Und die restlichen Reiter, die werden wir dann wann anders mal behandeln. Man sieht ja schon, man kann hier sehr coole Sachen machen, auch mit In-App-Messaging. Man kann innerhalb von ein paar Minuten eine Chat-App entwickeln, in Anführungszeichen. Und das Ganze auch extrem günstig. Das ist das Letzte, auf das ich jetzt eingehen will in diesem Video noch. Die Pläne, man kann hier nämlich einen kostenlosen Plan und einen Pay-as-you-go-Plan auswählen. Und hier ist auch so ein bisschen der große Vorteil von großen Cloud-Anbietern, die bieten einfach die Möglichkeit, sehr kostengünstig zu starten. Man kann wirklich zum Nulltarif entwickeln und sehr viel schon von moderner Softwareentwicklung benutzen, ohne was dafür zu zahlen. Das Ganze gibt es auch von Amazon sicherlich. Das Ganze gibt es sicherlich auch von Azure. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was es da so an Alternativen gibt. Ich bin auch immer offen für neue Vorschläge. Vielleicht mal einen Vergleich. Firebase versus AWS. Deren Framework kenne ich jetzt gar nicht. Also ich kenne den Namen nicht. Ja, da gibt es sicherlich auch interessante Vergleiche. Und im nächsten Video werden wir dann auch einsteigen, kleinzeitig. Und es wird dann mehr Entwicklung werden, wie man jetzt mit Firebase ganz konkret anhand einer Applikation, die auch dann wirklich gehostet werden kann, starten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann hören wir uns und sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.